Was zeichnet eine junge Generation? Und junge Generation zeichnet für mich zwei Sachen aus. Einmal vom ursprünglichen Wortsinn, quer fällt ein, man rennt quer fällt ein, wie so ein junges Pferd, losgelassen. Wir haben jetzt natürlich ein Zebra, geht über alle Hürden, über alle Steine, lässt sich von nichts irritieren, von nichts aufhalten. Das ist der eine Aspekt. Und quer Einfälle, dass man einfach über, als die jungen Leute, die denken über Tellerrand hinaus, die denken drei Schritte weiter. Und dann kombiniert sich das in quer Einfälle und quer fällt ein Rennen im Sinn von, wir lassen uns von nichts aufhalten, geht nicht, gibt es nicht. Der Wunsch, dass mehr für die Jugend getan wird, ist schon alt eigentlich, kann man sagen. Der ist nicht neu, der ist alt. Aber wir hatten letztes Jahr ein Kulturforum in der Stadt. Das hat der Bürgermeister Inge Rüttlingshöfer, der Kulturdezernent, einberufen. Da waren über 140 Kulturschaffende und da wurde eigentlich so der Wunsch ziemlich laut, wir müssen mehr machen für die junge Generation, mehr für die Kultur. Und so kam die ganze Geschichte ins Rollen und so haben wir dann gedacht, okay, wir machen mal ein Festival, wo wir wirklich für die junge Kultur, wie wir die highlighten können, wie wir die auf eine Plattform stellen können, wo wir mal zeigen können, wir haben eine junge Generation mit ganz viel Potenzial. Die Idee finde ich spitze, mich hat insbesondere der Name beeindruckt, quer fällt ein, weil ich das ein ganz tolles Namensspiel finde und ich bin auch beeindruckt davon, was es hier alles zu sehen gibt. Ich hätte es gar nicht erwartet. Ich finde es natürlich auch super, dass es in Musbach sogar stattfindet. Das ist eine wunderschöne Parkanlage, super sauber, ein altes historisches Gelände und das passt halt auch zum Querfeld ein. Es ist ein junges Publikum mit jungen Ideen, jungen Künstlern und die in einem historischen Ambiente zu präsentieren. Besser geht es nicht. Ich finde es schön, weil mir die Jugend am Herz liegt und ich denke, dass es gut ist, dass da in Neustadt noch mehr getan wird für die Jugend. So ein Festival ist gerade cool, weil das kulturelle Angebot eigentlich immer nur so punktuell stattfindet. Also man findet mal abends irgendwie ein Konzert oder ein Theaterstück oder so und hier kann man eben mal alles auf einmal sehen und auch wirklich sehen, wer macht denn noch was. Und das finde ich echt cool. Ich finde es gut, dass es solche Festivals gibt, weil es gibt sonst wenige Möglichkeiten, sich quasi sein Können zu zeigen oder etwas zu präsentieren. Das Festival ist fantastisch organisiert. Wir sind super dankbar, dass wir da sein dürfen. Und ich finde es auch klasse, dass es ein Festival speziell für junge Leute ist und es wird auch toll angenommen. Für mich gibt es generell so einen Überbegriff und das nennt sich Kunst. Und Kunst gibt es ganz viele Unterordnungen wie Malerei, was weiß ich. Also es gibt ja Theater, es gibt ja ganz viele Dinge und ich finde halt, alles hat was Gemeinsam. Also alles ist was Kreatives, alles ist was Individuelles auf eine bestimmte Art, was man auch braucht in der Branche, in dieser künstlerischen Branche, dass man einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat und dass das hier so zusammengeführt wird, finde ich toll. Also man geht hier über den Platz und sieht eine Theatergruppe oder schaut sich Bilder an und man macht es ja. Also man kommt ja nicht nur hierher und spielt wirklich, macht sein Ding und zieht es durch, sondern man läuft ja durch, also mit offenen Augen durch die Welt und lässt sich inspirieren. Wir sind auf dem Weg, ein Stück weit Neustadt als Kulturstadt zu entwickeln. Weiden haben wir ja schon, die Kultur soll jetzt dazukommen und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir im Nachwuchsbereich bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern einfach zeigen, was da läuft. Am Wochenende haben wir gesehen, da läuft ganz, ganz viel. Das ist das Entscheidende, weil wir sehen im Moment einen Trend durch Deutschland durchgehen, wenn der zurück zur Regionalität geht, also nicht nur regionale Speisen und Getränke, auch regionale Kunst wird immer wichtiger. An der Weinstraße rauf und runter finden immer mehr Kunstveranstaltungen, Vernissagen statt, in besonderen Ambienten wie hier im Herrenhof, das ist ja großartig. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass man wieder die Heimat zu schätzen weiß. Wer fällt ein, das heißt ja schon mal irgendwas Queres, irgendwas Verschobenes, irgendwas Verrücktes und was ist Kunst? Jeder muss irgendwas Verrücktes machen, um irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und aus der Masse rauszustechen. Und das ist ja in diesem Namen vereint und das ist ein toller Name für das Festival, dieses Querdenken auch. So spontan würde ich sagen, Quer ist immer so ein bisschen gegen das Normale, vielleicht Konservative. Deswegen ist es schon ein Ausdruck für was Kreatives, denke ich mal. Und also wir haben darunter verstanden, dass man halt irgendwas gegen die Norm machen muss, also etwas aus der, ein bisschen Break gegen die Klassik. Quer fällt ein. Man muss es ein paar Mal lesen, weil es eindeutig zusammengestellt ist und hat natürlich diverse Assoziationen. Querbeet, Einfall, quer fällt ein und so weiter und so fort. Am Ende kommt natürlich immer raus, es geht darum Grenzen zu überwinden, neue Ideen zu finden und die auch ernst zu nehmen. Am Ende kommt die Weichen zu verstellen, geradeaus ist mir zu lang. Ich lass das reden, lass den Fassadenglanz zurück. Kein Wunder schüttelt ihr den Kopf und denkt, I ist verrückt, I solltet euch selber einfach trauen. Bebreit vom Nah, dann muss es halt so sein. Tief nagt die Suche nach uns selbst. Instinkt ist stärker als der Kopf sich wünscht. Hauptakt zu sein, und zwar egal bei was für einem Festival, ob regional oder noch größer, ist immer eine Ehre natürlich. Weil es ist der Abschluss von manchmal dem ganzen Festival, manchmal nur einem Tag. Das Publikum ist meistens schon ziemlich gut drauf und deswegen freue ich mich sehr. Ich habe an der Musikhochschule Mannheim studiert und dort eine Stimmbildungslehrerin gehabt, die aus Musbach kam, die Susanne Kraushornung. Und da diese Stimmbildung nur zwei Jahre innerhalb eines vierjährigen Studiums stattgefunden hat und man als Sänger eigentlich sein ganzes Leben lang diesen Unterricht braucht und jemanden braucht, der einem auf die Finger klopft, habe ich dann viele Jahre noch hier in Musbach bei ihr privaten Unterricht genommen. Und deswegen habe ich einen kleinen Bezug zu Musbach. Yeses, come on, rip off your shoes. Yeses Get rid of the urban blues. Cause We're gonna make you move, we're gonna make you sing We're gonna make you move, wanna make we sing We're gonna make you move, gonna make you sing We're gonna make you Whoo Ooh Ooh Woh Ooh My friendります Weil jeder muss den Weg geh'n, den du geh'n Einer leuchtet uns den Weg wieder heim Einer muss das licht am ende des verdammten Tunnels sein So wenig Geld, man kann die Hand vor Augen kaum seh'n Je so härter wir versuchen Im � dixier werden wir untergeh'n Then we once again I began to fall so alone I don't have no friends at all And no place to go But if I ever take my hands back I'll send cash again I'm gonna hold on to it Until the eager grand Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ich denke, das Wichtigste ist, nicht sich inspirieren zu lassen. Wir haben ja mittlerweile schon unseren eigenen Stil gefunden, aber auch mal zu sehen, wie sieht die Zielgruppe aus, was machen andere Leute und sich da auch so ein bisschen zu vernetzen und dann auch mal, gerade auch die Leute, die dann unsere Stücke gucken sollen, auch mal wirklich kennenzulernen und auch Kontakt zu knüpfen. Die Nacht, Schurke! Wieso bin ich eigentlich der Schurke? Hey, war nicht mal schlecht? Wie wär's mit noch ne Runde? Meinst du jetzt fechten oder was anderes? Ist mir ein Vergnügen! Ach, komm! Hey, 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 hey! Ach, so! 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 Ach, jetzt ist aber auch mit! Ach, Alba! Ach, so! Du wirst den Tag bereuen, an dem du die... Da-da-da-da-da-da-da Für uns ist es echt super interessant und auch sehr wichtig, weil wir ja eigentlich sind fast alle Theatergruppen so miteinander verknüpft. Zum Beispiel Freunde von mir haben bei der Theatergruppe Hoffnung mitgemacht. Dann sind auch welche bei der Neustädter Schauspielgruppe und ein Freund von mir ist beim Petunientopf und so weiter. Und da kann man sich natürlich immer sehr viel Inspiration holen, immer ein bisschen was abschauen so. Ja, also ich denke, das kann jedem sehr viel bringen. Vertief mich in mein Gekritzel großer Worte Ich bin schon langsam leer geschrieben Was mir am meisten imponiert hat, ist dieser Mix, dieser Wechsel, der da möglich ist. Du kannst dir Literatur anhören, Poetry oder auch Lyrik und dann gehst du zu Rock und zwischendurch machst du noch ein bisschen Malerei mit ganz, ganz tollen Bildern. Ich glaube, der Reiz dieser Veranstaltung lag auch in dem Möglichen, dass man ganz viele unterschiedliche Dinge an einem Platz erleben kann. Wir sind sehr froh, dass wir das einfach mal hier abfeuern konnten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin sehr zufrieden über den Verlauf. Das Wetter hat uns wirklich sehr in die Karten gespielt. Wobei, ich habe vorhin schon gesagt auf der Bühne, schönes Wetter war auch anderswo. Die Leute haben sich trotzdem entschieden, hierher zu kommen und es war von Freitag bis heute wirklich sehr gut besucht. Das heißt für mich, dieses neue Format junger Kultur auf den Sockel zu stellen, ist scheinbar auf Interesse und Resonanz gestoßen und angenommen worden. Für allererst mal das Zebra. Anerkennung. Verrückt. Kunst. Vielfalt. Super entspannt. Sonnig. Förderung und zwar eine wahnsinnig gute Förderung. Bund. Jugend. Individuell. Und neu. Schlagfertige. Bund. Topleute. Kultur. Groß. Absolut entspannt. Alternativ. Spaß. Top organisiert und klasse gechillt. Kreativität, Vielfalt und Vernetzung, das umschreibt Querfeld einem besten. Ich bin ja persönlich eher so der ruhige Typ. Meistens zitiere ich Menschen ohne wirklich etwas zu tun. Zum Beispiel Rilke. Reiner Maria. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihr misst, als ob es tausend Stäbe gäbe. You know it. You know it. I know it. So gut. Und hinter tausend Stäben keine Welt. Ich hab ne Ecke nicht was schreiben. Weihnachtsgedicht. Lieber guter Weihnachtsmann. Bitte schick mir Marzipan. Gegen Nougat in den Händen hätte ich nichts einzuwenden. Oder aber vom Korkant, Mandeln wenn es geht gebrannt. Plätzchen sind mir ein Genuss, auch der Spekulatius. Bitte warte nicht zu lange, bring mir eine Zuckerstange. Vanillehörnchen und Lebkuchen möchte ich einmal versuchen. Nicht zuletzt die Schokolade. Dafür bin ich nie zu schade. Verwende auch das Zitronat. Puderzucker in der Tat. Verfeinert noch den letzten Rest. Euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Schwer zu toppen. Ich versuch's. Ich hab genau einen Text, der sich reimt. Ich nenn ihn dreckiges Sonnett, weil es eigentlich kein Sonnett ist in dem Sinne. Und das hab ich geschrieben, als ich mal wieder die Schnauze voll hatte von Büchermachen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde die Schnauze voll in die Schnauze gelegt. Im Moment. Ich werde die Schnauze fallen.